Folgen wir einfach der Nahrung, würde ich sagen. Genau, da wir hier im Sicherheit zu sein scheinen, legt euch alle mal schlafen. Der da scheint uns nämlich nicht ganz so zu folgen, die da vielleicht eher. Aber ich habe das Gefühl, die bleiben dann an ihren Positionen wieder stehen, wo wir sie das letzte Mal aufgegabelt hatten. So, essen. Bogenschütze fehlt noch und zwei Schwertkämpfer fehlen noch. Können wir hier wieder speichern und weitergehen. Das führt uns jetzt auf jeden Fall tiefer ins Innere der Höhle. Also in die Mitte der Karte. Fackeln sagen, wir sind richtig. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass ich das mal schlafen kann. Ja. 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 Ja, und ich weiter hoffe, dass unsere Feinde hier unten nicht näher kommen. Okay, folgen wir weiter der Nahrung. Können wir nicht, weil hier ist ein totes Ende. Also ein Dead End. Ja, und ich bin ein Dead End. Ja, und ich bin ein Dead End. Sollte übrigens hier mal wieder speichern über einen neuen Spielstand. Abzweigung hoch oder runter. Trauen wir in dem Fall mal nicht, da fackeln und gehen hoch. Ja, und wir gehen runter. Ja, und wir gehen runter. Das sieht aber auch so aus, als ob es eine Sackgasse wäre. Oder ob wir einmal im Kreis laufen. Ja, wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen. Das heißt, wir könnten erstmal wieder zurück. Ja, und wir gehen runter. Ja, und wir gehen runter. Ja. 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 Das heißt, wir könnten erst mal wieder zurück hierher gehen. Oder wenn alle gegessen haben. Also ja, wir könnten auf jeden Fall auf dem Weg hier noch zweimal essen. Das ist kein Problem. Also mindestens zweimal essen. Wir könnten aber auch erst mal hier unten gucken, ob hier eine Sackgasse ist. Ich habe ja gespeichert hier an dieser Stelle, nachdem sie gegessen haben. Von daher kann ich jederzeit neu laden und wir können zurückgehen und den Weg nehmen. Aber es gibt wohl außenrum noch einen Weg. Das heißt, wir folgen mal dem Weg. Vor allem, weil hier wieder eine Fackel ist und Nahrung und alles. Ich habe ja wie gesagt hier ein Save gemacht. Also ja, hier sind sehr viele Fackeln. Kann sein, dass hier der Weg rum geht. Weil ich sehe ja hier diese Steinchen und alles. Kann aber auch sein, dass ich mich hier jetzt auch wieder eine Sackgasse boxiere. Ich habe ja auch die Sackgasse. So, das heißt, hier wird wieder gegessen. Kann ja nicht zulassen, dass die Leute hungrig sind. So, und wenn ich richtig sehe, machen wir auch gleich einen Ratzinger. Weil die Leute auch einfach wieder müde sind und wir gerade die perfekte Stelle für eine Schnarch haben. Und alle ziemlich niedrig sind, was ihre Müdigkeit angeht. Das Gemeine ist, die kriegen keine Punkte, dass ich ihnen mehr Nahrung oder Müdigkeit geben könnte. Wobei Nahrung jetzt nicht so das Problem ist. Geht's hier noch weiter? Nein, hier geht's nicht weiter. Mist. Mist, Mist, Mist. Das heißt, wir müssen hier lang, weil hier ist alles nicht richtig. Das heißt, ich bewege alle erstmal nach hier, dass sie sich hier nochmal essen und schlafen können. Dann bewege ich sie nach hier, dass sie hier nochmal essen können. Tja, und dann geht's weiter. Hier lang. Es wird ja hoffentlich mehr als nur ein Weg zum Schamanen führen. Also der Weg war nichts. Der Weg war auch nichts. Bei dem Weg bin ich mir nicht sicher. Wie ist es? Ja. Wie ist es? Das ist mir selbst! So, alle haben hier was gegessen. Also ne, hier ist nichts. Hier liegt euch alle einmal schlafen. Oh ja! Mooi! Oh ja! also ich geb es gut und gerne so für die mission würde ich gerne entschieden und die map aufdecken aber ich denke wir kriegen das auch so irgendwie hin wir gehen da lang und hoffen das beste wenn ich müssen wir wirklich da lang gehen so alle satt und ausgeschlafen gut das heißt wir speichern hier mal wieder drüber dann